Am Anfang enthalten zwei verbundene Behälter A und B nur Wasser. Man fügt in A Benzin hinzu, so dass Wasser und Benzin sich nicht vermischen und so, dass die Trennfläche zwischen Luft und Benzin in A sich 10 cm über der Trennfläche zwischen Luft und Wasser in B befindet. Welche Höhe wird die Benzinsäule in A haben, wenn die Benzindichte 750 kg pro Kubikmeter beträgt? Hier ein Modell der Situation. Das ist die Benzinsäule im Behälter A, der Rest ist Wasser und hier ist der Behälter B. Durch die Angaben wissen wir, dass dieser Höhenunterschied h zwischen dieser Fläche und dieser Fläche 10 cm beträgt, das heißt 0,1 m. Die Dichte vom Benzin ist angegeben. Wir nennen sie Rho 1 und wissen, dass Rho 1 750 kg pro Kubikmeter beträgt. Die Dichte vom Wasser Rho 2 ist bekannt. Sie beträgt 1000 kg pro Kubikmeter. Was wir suchen, ist diese Höhe H1 von dieser Benzinsäule. Höhe, die wir natürlich in Meter ausdrücken. Und um die herauszufinden, nutzen wir die Formel vom hydrostatischen Druck. Durch das Prinzip von Pascal wissen wir, dass der Druck, den diese Benzinsäule auf diese Fläche ausübt, gleich sein muss zu diesem Druck, den diese Wassersäule auf diese Fläche ausübt, wo diese Fläche auf genau derselben Höhe liegt, wie diese Trennfläche zwischen Benzin und Wasser. Also wissen wir, P1 ist gleich P2. Jetzt setzen wir diese Formel ein und können daraus schließen, dass Rho 1 mal G mal H1 gleich sein muss zu Rho 2 mal G mal H2. Und diese Gleichheit können wir sofort durch G führzen, was also bedeutet, ganz egal wo dieses Experiment durchgeführt wird, diese Höhe H1 wird überall dieselbe sein. Wir wissen auch, dass diese Höhe H2 gleich ist zu H1 minus H, also so. Jetzt kombinieren wir diese zwei Gleichheiten und schließen daraus, dass Rho 1 mal H1 gleich sein muss zu Rho 2 mal H1 minus H. In dieser Gleichung setzen wir die Bekanntenwerte ein und erkennen, es bleibt eine Gleichung mit der einzigen unbekannten H1. Wir verteilen diese 1.000 auf diese Klammern, jetzt setzen wir 1.000 mal H1 links rüber. Dann haben wir links 750 H1 minus 1.000 H1, also minus 250 H1 und rechts bleibt dann noch minus 100. Jetzt teilen wir diese Gleichung noch durch minus 250 und erhalten so für H1 0,4 Meter. Die Endantwort auf die gestellte Frage lautet also, die Höhe H1 von dieser Benzinsäule beträgt 0,4 Meter. 9.0. 10.0. 11.0. 14.0. 14.0. 14.0. 15.0. 15.0.